La, 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 la. Ist das ein Sauladenier? Diese Schilke gehört vorn an die Tür. Das hält kein Mensch lange aus. Da darf doch jeder gleich rückwärts hinaus. Ist das ein Sauladenier? Entweder kriegt man ein Magengeschwür oder man fühlt sich hier wohl, hat ein Urlaubsgefühl wie an der Costa del Sol. Auf der Dorfwiesen ist heute Wasserfest, bald der Petrus mal wieder regnen lässt. Alle Gäste kommen heute zusammen und wollen ein Riesengaudium und die Musik spielt und alle finden's toll. Ein Paar sind noch von gestern Abend voll. Ein Duft zieht herüber vom Hähnchenstand. Die Gummi-Arler sind total verbrannt. Und schon für 30 Schilling, ja, man glaubt es kaum, kriegst du ein Riesenkrug voll Schaum. Ist das ein Sauladenier? Diese Schilke gehört vorn an die Tür. Das hält kein Mensch lange aus. Da läuft doch jeder gleich rückwärts hinaus. Ist das ein Sauladenier? Entweder kriegt man ein Magengeschwür Oh, der Mann fühlt sich hier wohl, hat ein Urlaubsgefühl wie an der Costa del Sol. In der Firma sitzt der große Boss und zählt jeden Tag sein schwer verdientes Geld. Lebt in Saus und Braus wie die Mane im Speck. Kaum ist er da, fährt er wieder weg. Die Sekretärin, seine süße kleine Maus, eilt ins Hotel seinem Ruf voraus. Er sagt, da stärkt die Manneskraft. Darum ist er auch so abgeschlaft. Doch sowas kommt in jeder Firma vor. Darum singen wir im Chor. Ist das ein Sauladenier? Dieses Stil gehört vorn an die Tür. Das hält kein Mensch lange aus. Da läuft doch jeder gleich rückwärts hinaus. Ist das ein Sauladenier? Entweder kriegt man ein Magengeschwür Oh, der Mann fühlt sich hier wohl, hat ein Urlaubsgefühl wie an der Costa del Sol. Ist das ein Sauladenier? Dieses Stil gehört vorn an die Tür. Das hält kein Mensch lange aus. Da läuft doch jeder gleich rückwärts hinaus. Ist das ein Sauladenier?